weiter geht suche und zerstört auf strike irgendwie schneiden war das schon zu lange was war das denn jetzt? hd ist n ice oh my god hd ist n ice hd das ist nicht gut hd ist n ice hd ist nicht bei mir im team oh my god ich glaube das wird n zu null für uns ja auf jeden fall ich glaube das ist jetzt schwieriger zu gewinnen als gerade mit peter da 2 gegen 3 meinste? mh wie peter und ooooh ja dann aber halt rechts alter dieses g18 krams weil das ist ja so krass das hat jetzt erzählt bring die mission zu ende alter wie die genaue weißt du? du bist immer bei dir du hast überlebt ja nee jetzt doch nicht mehr oh my god alter wie die semtex quasi an meinem auge vorbei geflogen ist erstmal ins bein packen erstmal ins bein packen erstmal ins bein packen ja weiß ich auch noch nicht einer ist nach Beere war genau und ich bin gemessert worden hd kommt von rechts stehe doch jetzt das kann einfach nicht wahr sein zumindest ich weiß nicht wo er ist aber danke peter für die rache man 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 ey hat sich das an hd ist schlecht lepp mal funky ey weil er es nicht kann lepp mal funky lepp mal funky hd lepp mal funky alter so ist schon das hd wieder besser drauf ja man das ist einfach das lebensgefühl ja das ist auch das beste im team ist er gerade mindestens ach komm leck mich die runde verloren aber es ist noch nicht vorbei boah sep 0 2 war was willst du eigentlich die kann das einfach nicht boah ey das kann doch nicht wahr sein dass wir jetzt dieses 3 gegen 2 verlieren ich hoffe sie jetzt schon wieder so anfangen ey was willst du eigentlich du bist doch voll gut du bist 4 0 0 du bist richtig voll die negative stimmung ja ich versuche uns aufzuwecken ja durch schon zum spot oder was irgendwie schon ja hast du wieder einen penis im mund ja ich schieße schlecht geil jetzt geht es besser oh einer ist bei uns wieder sep ist irgendwie irgendwie oh my god zur richtung unserer spawn gelaufen der bram war irgendwo bei b ja der ist hier immer noch glaube ich wir sind noch zu zweit das stinkt natürlich ne magie irgendeiner von dem tot der petern ja boah jawoll alter vater ich wusste nicht mal ob eines der unter sitzen kann da kommt der voll auf mich zu gerannt ich hab dich viel zu spät gesehen ja gar nicht wahrscheinlich wie im wahren krieg da versteckt sich auch der soldat unter ner treppe sogar bevor du geschossen hast schon aber war zu spät nicht realisiert alles klar ja boah scheiße dann saß der auf dem morgen das einer hinten durch doch am arsch ey ich weiß nicht von wo der geschossen hat tut mir leid hä wo denn hardy ja der war da drin hast du gesehen da wo mein dass der mich gemessert hat und dass da der totenkopf war ja ich hab vielleicht gerade gegen peter gekämpft weiß nicht mal wo du gestorben bist map vision junge willst du mich verarschen das die spaz das sagt der hardy ne ja du machst das jay du bist da gegen bram der kann nix nice hat da nix auf der junge sicht sehr schön jay sehr schön Ach, ist das schwache Diener? Na, hier haben wir die Haken, die sich im Team mit Taten antworten. Heyo, heyo, heyo! Ja, sonst mit Taten antworten, alles klar. Ich hab' voll die gute Idee, das hat schon mal geklappt. Da bin ich jetzt noch mal gespannt. Goll. LOL! Mit Ankündigung. Nicht verarschen! Hihiihi! Mit Ankündigung, bevor ich geschwitzen hab. Läuf! B 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 Im Auto heißt? Notice, ein rstudiges Auto, da ist der rechts bei b Das hat schonmal geklappt Äh Ich wusste warum ich nicht nach vorne gesprintet bin Ich wusste warum ich nicht nach vorne gesprintet bin Ich wusste gar nicht, was er von mir wollte Erst democratic Hattelt im Fuck Antrag ist Peter ist auch da Haus Also ich RICH beau Oh man, der Hardy ist so geil der kommt nämlich dann gleich von ihm durch das fenster hier siehst du von wegen negative stimmung ja ich habe hier mit 0 2 einmal gemeckert und dann steht ein wort gesagt negative stimmung oh mein gott ja negativ einer händler von mauer hinten für mauer ist aber nicht mehr das ist er nicht oder einer mitte immer noch hinten auf der mauer einer die man eine granate zur geworfen nein die sind beide noch hinten an diesem haus wo man reingehen kann einer auf der mauer den habe ich getroffen ach komm sicher kann ich sein nachkommen dann sitzt er da in der ecke woher sieht man jetzt noch jace kill denn er wollte sich daran aufgeilen oder das ist ja abstoßend bist so ekelhaft einfach da sieht man noch meinen geilen aim hier gerade nicht mehr jetzt teste ich mal weiter hat vorhin auch schon funktioniert einer bei b am haus in dem glashaus nein es funktionierte nicht und hat die sofort wieder angehören da bist du mich verarschen alter ich schieße das kann doch nicht sein das macht ihr denn da ohne spaß sepp alter das war safe hier auf mich schießen man schieß auf ihn bram schießt das ist piet äh nicht piet mann war öde also weise sepp das war P das war schon ziemlich scheiße ohne scheiß wie wir echt kämpfen nicht zu verlieren das ist echt scheiße wir kämpfen noch nicht mal wirklich ich kämpf ach komm ey 0 hat er uns beide niedergemoscht das kann doch nicht wahr sein dachte der rennt jetzt wieder zurück der mongol das ist so schlimm das ist wie abschlachten ist wie auf dem schlachthof so wo sind zwei sieben was geht denn da ab ich hab schon 150 punkte da jungen ja hammer das war eine bombe geplättet sagst du wir haben die bombe hast du ein bisschen einmal mit der bombe durchgekommen und cool sag mal an ficken beide auf a seite in einem einzelnen gebäude drin ach komm ey dann sagt der das immer noch da wo du hinguckst alter alter ne gegen den aim kommst du grad nicht an irgendwas drin um A ne ganz ich bin Mentor Aus für noch ford die und dann ist er nämlich voll weg. Ne das wissen wir nicht. Wenn ich den überhaupt gar nicht gesehen hab. Ja genau genau. Grad frisch platziert die Sau. Alter ohne Scheiß. 3 7 2 7 2 8. Das ist echt. Aber Aldi kann ich gar nichts. Das ist ne Farce. Davon lass mich nicht provozieren Junge. Was sagst du? Nächste Woche bei Aldi im Sonderangebot. Ne Packung Skill. Bitte. Nehm ich mal direkt nen 10er Pack von. Brauch ich nen ganzen Bestand auf. Ja oh ich hab nen Kill. Ich hab nen Kill. Junge. Das kann nicht wahr sein ey. Links ist noch einer. Links hinter dir ist noch einer. Da kam Sepp gerade hingerannt. Wuhu. Ich hab ihn getroffen. Links. Nein. Das kann nicht sein. Der ist da auf dem Platz und geflasht. Alter gut. Granate Werft ist tot. Ja ich hab ihn mal nein getötet. Bam. Das wäre jetzt der perverse Skylitz tube ever. Aber naja. Da wärs ja. Nehmen wir noch eine Klasse hier. Guck mal gucken. Bewegt mich nicht. Ich warte bis der Scheißplan plantet der. Ach ne. Hinter dir unter der Brücke oder so. Unter der Treppe oder so war der glaube ich. Statt zum Kotzen. Steht da neben dem Tube daneben. Ich Tube nicht daneben bist. Ja so halt 1 Meter. Der Scheißding ist noch nicht extrudiert. Ja das ist das halt. Davon bin ich aber ehrlich gesagt mal gar nicht ausgegangen. Das war Lack. Ja. Ja. Alter. Wofür am Arsch? Wo ist die hier geflogen? Die ist ein bisschen daneben geflogen. Loll. Ich glaub der ist ein Last Stand. Alter. Ja die haben das übelste eben gerade irgendwie. Das ist nicht dein Herz. Hilfe. Nice. Ein Harry auf mich. Willst du vom Last Stand wieder auf? Ja irgendwann. Okay. Nach 10 Sekunden oder so. Hast du aber schön safe gemacht muss ich sagen. Wie schön ich da einfach nur drauf gezielt hab schon. Man. Richtig gut. Verdammte Scheißarschenkack. Ja die kam rechts gerasht. So wo ist denn der PDD? Weiß du nicht. Weiß du nicht. Weiß du nicht. Oh Gott. Jawohl. Hab ich gesehen. Ich hab gedacht du machst du dich jetzt schon. Aber da oben im Glashaus drin. Okay. In meinem Haus nix meine ich. Und da hat gekämpft. Direkt hinter der Lutscher. Aber wir haben eine Runde geholt Leute. Ich beschloss auch gar nicht. Das heißt wir verlieren immerhin schon mal nicht zu null. Ich stand schon vor der Runde fest. Hä? Von A oder so. Einer noch aufm äh hinter der Mauer. Oh das ist jetzt aber uncool. Nice. Das geht los. Ja das hab ich mich auch schon tausend mal gefragt bei dir oder bei Peter wenn ich da mit der G18 drauf gehalten hab. So endlich hab ich auch meinen Kill gekriegt da. Ah die ist gesammter. Ihr macht das schon ne. Da wird die Hitbox kleiner. Bleib jetzt mal stiller Beobachter. Nö ihr habt jetzt die beiden Runden gerade geholt. Ja. Ich tschuld. Copy Pete. Hab ich genug. Ja. Wer für eine Handgranate. Hm. Na jetzt wo ist der? Ja. Peter war eigentlich das hat mit dem Premium Simplex des Todes. Ja. Eigentlich schon. Lol hinter mir der ist bei A am Spot. Lol. Was war das? Hat er den Kopf getubt. Nice Jay. Bär geil. Ja war doch Headshot. War ein Headshot. Lol. Hahaha. In your face beat. Alter. In your face. Das finde ich aber nett von euch, dass ihr extra schlecht spielt, damit das nicht so aussieht als wenn wir noobs werden. Kein Ding. Boah ich rass da aus. Wieso krieg ich den Noobs denn nicht tot? Party ist gerusht. Schon wieder. Alter. Mensch was muss mir auf den Runner aufpassen. Einer ist hinten bei B. Der ist hier auf der A gelaufen. Wieder da rein in das Gebiet. Nein. Oh dann ist der da drin. Leer. Alter da war ich leer. Ach komm ey. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso habe ich den nicht vorher nachgeladen? Da rechts auf der Mauer Jay. Was? Da war er. Da? Da ja. Da stand er gerade drauf. Da hinten. Ah. Ganz hinten durch stand er. Jetzt kommt der Tube. Jetzt kommt der Tube. Jetzt kommt der Tube. Jetzt kommt er. Was denn denn? Hm. Hm. Das kann doch nicht. Alter wo rennt der denn bitte rum? Dass der dich immer findet. Das ist echt scheiße. Scheiße. Peter geh mal die Bombe planten. Ja. Das wäre doch mal was Peter wenn du mal die Bombe planten gehst. Ich hab jetzt nicht immer so viel. Der Zeit ist knapp. Oh. 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 Die Bombe wurde platziert! Nice Feder! Ja, ne? Loll! Oh nein! Wunderschön! Wunderschön! Das kann doch nicht wahr sein! Da wusste er wirklich, wo du bist! Nee! Jay ist da zweimal! Scheiße! Ja, ich war da halt zweimal jetzt! Hm, achso! Fuck! Geht das? Komm nicht drauf! Nein, bei der Mitte haben wir Straße! Boah, hast du mir hart den Arsch gerettet, würde ich mal sagen! Fuck! Dankeschön! Einer war da im B-Haus, der andere war auf der Straße! Aufklärungsdrohne online! Mist! Down! Nein! Alter, wo ist denn der Bram hingewiesen? Ich? Du hast dich doch da irgendwo hingelegt! Ja! Ja! Mitten auf die Straße! Mitten auf die Straße! Da, wo ich die Sam-Tex hin geworfen habe! Genau da lag ich! Hör mal an! Super Mario wird 30! Alter! Alter! War ne gute Posi! Ja, du hast mir schön den Arsch gedeckt! Ui! Da war irgendwie ein bisschen wallhack! So, schon mal nach rechts rüber! Ja, der hat ja vorher schon einmal kurz geguckt! Konnte man ja sehen! Ach, der hat schon mal geguckt! Ja! Besuchen und zerstören! Alter, muss ja nicht mal schlecht reden! Das Zielverteidigung! Nein! Diesmal stirbst du, du Witcher! Nein! Ach, ich hatte doch Emorien und dann war ich zu spät! Alles klar! Mal, oder? Ja, der hat aber! Obwohl... Der ist in der Mitte! Oh, man! Da meinst du? Ja, da mein ich! Ja, der, der mein nicht! Mein Gott! Boah, scheiße! Ihr beiden seid echt unzertrendig, ey! Ja, da haben wir leider auch 500 Runden zusammengespielt! Ja, aber wirklich! Und am Anfang waren wir so scheiße einfach nur zusammen! ouais ECK Hallo Peter Hallo Habt ihr nur einen mitgegeben Biett? Stproben auf der Veranda Komm schon, ey, wie schlecht ich schieß NEIN Oh nein, 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 nein Schön, Adi Schön, da kommst du da hin, ne Ahnung Sehr gut Wie oft du drauf hast, Adi Ja, ich hab halt nicht Ich hab halt dieses Leichtgewicht drauf und kein extra Schaden Deswegen dauert das vorhin Oh, fuck Deswegen verliere ich auch ständig diese scheiß G18 Dinger, aber ich will halt schnell sein Aber irgendwie ist es dem Preis nicht wert Nicht so richtig jedenfalls Ah, da sitzt einer, wahrscheinlich Jay Weißt du, dass ich das war? Keine Ahnung, war einfach Intuition Toll Ja, äh B Oh mein Gott Kommt der mir da reingelaufen Das war Optimum Wolltest du hier nur hinten gucken gehen? Geflasht Beim Platz Nice Super, Jungs Vielleicht drehen wir das ja noch Mal gucken, ne Mal gucken Also sind schon mal besser, als ich gedacht hätte Seitenwechsel Wir beide sogar noch die gleiche KD habt, ey, ist ja grässlich Es, wir machen mal Wir haben die Bombe Scheiße Da war ich gerade eine Granate am werfen, dass sie behindert gerade Nice Nice, Leute Wir machen für die nächste Runde Ja, ich konnte es nicht, ich konnte keinen Kill machen, sonst wäre die KD nicht gleich Geweben, Peter Ja, ist okay, das kann ich verstehen Und wenn ihr jetzt aber gewinnt die Runde, dann ist die KD aber wieder unterschiedlich Also geht das nicht Dann kriegt halt einer nochmal Punkte oder so Das hat er überlebt, dass wir beide auf den Rockenballer kamen Ja, der hat überlebt Habe ich meine Dingens immer noch nicht geändert, meine Abschussdinger fällt mir immer auf Seh die nicht Hä? Leute, ja genau, du bist nicht gestorben Alter, einer war bei oben und einer hat aber noch auf mich geschickt Geil, mir den Arsch gerettet Hadi, du bist ein Schatz Kein Problem Nice Da waren die beide Da war er greedy, da war er greedy So Leute, so möchte ich, dass der ZZ noch zwei Runden weitergeht Erstmal am Knie vorbeischießen Ob die sie richtig den Faden verloren haben Voll gut Aber zusammenbleiben, Leute Zusammenbleiben Ohne Spaß Stickt du gern noch, Team Einer ist gerusht Ich weiß, dass du da bist Du keine Hure Ich weiß, dass du da bist Mode Du verlierst Hadi Ich weiß, dass du keinen Nutze Ich weiß, dass du genau da rechts um die Ecke sitzt 100%ig, du kleiner Wichser Aber ich gehe da nicht hin Ich gehe da nicht hin Komm, du willst gucken Komm, einmal gucken Ohne Speicher, komm, ich komm jetzt gucken Da sitz ich nicht Doch, du sitzt da Ne, da sitz ich nicht Ich habe auch nichts mehr zum Schmeißen Ja, ich weiß Aber da sitz ich auch nicht Komm, ich mach mal Oh Mann Der sitzt da echt nicht Aber der hat Dingens drauf Ah, einer hat eiskalt Oder sitzen die beide auf dem gleichen Spot Einer hat, ne, 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 ne Einer hat eiskalt von denen Ja, der Bram sitzt da rechts um die Ecke Da, wenn man da 100%ig sitzt der da Ich weiß es Doch Nein, ich bin schon lange weg Ja, ja, deine Mutti Lol Wer sitzt da nicht? Ja, die sind beide da am Haus irgendwo Alter, Heidi Der macht dich voll wahnsinnig, der Kerl Oh, was ist das? Alter, habe ich da eingesteckt, Junge Könnt ihr nicht sterben? Manchmal riecht mich das echt auf, Omeritz Gleichfalls Boden Boah, Bramme, ey Der muss ja irgendwo sein Ja, muss ich sagen Aber ich hab echt gedacht Der sitzt da rechts um die Ecke Ohne Spaß Ich hab dich doch Aber du bist da reingekrochen, oder? Oh, oh Okay Oh, knapp Nein Oh Mann, das ist doch scheiße, ey Ohne Witz Wir sind schon auf dem Spot, glaube ich Das ist doch wohl ein Witz Willst du mich verarschen? Was soll ich denn da machen? Ja, du hast ja jetzt Du hast ja auch so draufhalten, Junge Ja, hab ich doch Du hast die Scheiß empfiehlt Da hab ich dich noch im Augenwinkel gesehen, wie du da an die Rand kam Mann Das war sehr schön, Peter Oh Mann Ja, wir sind diesmal nicht zusammengelaufen Doch schon Na Ich stand da alle bei W Ja, da hat jemand bei A geplantelt Oh, welch Wunder Ja, hat reagiert halt nicht Achso Was hast du denn gesehen, Ali? Alter, Vater Ah Ah Teils Mit der Straße Bommelicht auf der Straße Bommelicht auf der Straße Lol Das war irgendwo Richtung A Ja, der holt sich die Bombe Der ist auf dem Spot An dem Brunnen An der Statue ist der Da ist er Ja, die einfach wegrennen Ja, weil ich Schiss vor dem hab Wart Nicht du Nice Nice, nice, nice Ey, das kann nicht sein, dass man dieses 3 gegen 2 echt auf den Scheiß 11-11 hinausläuft Blablabla, 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 guck mal die KT wieder Ja, ich weiß Ihr seid so süß zusammen Wir machen das jetzt noch A A War du durch schon, oder? Einer ist A Mindest Oh, bei mir ruckelt gerade Ist nicht gut Alter, voll die Frame-Einbrücke gerade Gar nicht gut Einer ist bei uns hinten am Haus Boah, ich wusste, dass der da kommt, aber ich hab ihn nicht gefunden Bram ist bei, äh, in diesem Haus, wo man die Treppe hochgehen kann Also, Hadi ist bei uns hinten am Haus gewesen, ne, beim Spawn Ja, nein Ja, nein Oh, nein Scheiße Zwei Leute waren da Zwei, weil da hatte ich schon rechts und Sepp schon links, ey Juhu Boah, da hatte ich Kutsch ist Scheiße Scheiße Ich meine, da ist schon peinlich, dass wir stolz drauf sind, dass wir 3 gegen 2 gegen sind Ja, näher, wir haben das ja drehbuchartig vorher abgesprochen, dass wir das spannend halten Ja, ja, ja Also, Bram ist da dann schon ganz gut, muss ich sagen Aber immerhin habt ihr 20, 14, beide gleich Wunderschön Wunderschön Uiuiuiui Tschö, tschö Bööööööööööööä